Gesunde, strahlende Haut ist mehr als nur ein Schönheitsideal. Sie ist ein Zeichen von Wohlbefinden und Vitalität. Während äußerliche Pflege zweifellos wichtig ist, beginnt die wahre Hautgesundheit von innen heraus. Ernährung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Im heutigen Video werden wir dieses Thema näher beleuchten und uns auf sieben Lebensmittel konzentrieren, die eine vitale und gesunde Haut fördern können. Du wirst überrascht sein, wie sehr die richtige Nahrungsauswahl dazu beitragen kann, dass die Haut von innen heraus strahlt. Hier sind sieben Lebensmittel, die gut für deine Haut sind. Nummer 1. Avocados Diese köstliche, cremige Frucht ist viel mehr als nur ein Trendlebensmittel. Avocados sind bekannt für ihren hohen Gehalt an gesunden Fetten. Und diese Fette sind genau das, was deine Haut benötigt, um prall, glatt und straff zu bleiben. Es handelt sich dabei um sogenannte monoungesättigte und polyungesättigte Fette, die als natürliche Feuchtigkeitspflegen dienen und die Gesundheit der Hautzellen unterstützen. Aber das ist noch nicht alles. Avocados sind auch reich an Vitaminen, insbesondere den Vitaminen C und E. Diese wirken als Antioxidantien und schützen die Haut vor schädlichen freien Radikalen, die die Hautalterung beschleunigen. Darüber hinaus haben Avocados entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Hautproblemen wie Psoriasis und Eczemen helfen können. Nummer 2. Süßkartoffeln Süßkartoffeln sind nicht nur lecker, sondern auch echte Hautschützer. Sie sind reich an Beta-Carotin, einem Carotinoid, das in unserem Körper in Vitamin A umgewandelt wird. Beta-Carotin wirkt als natürliches Sonnenschutzmittel, indem es die Haut vor Sonnenbrand und vorzeitiger Hautalterung schützt. Doch Süßkartoffeln haben noch mehr zu bieten. Sie enthalten hohe Mengen an Vitamin C, das für die Collagenproduktion notwendig ist. Collagen ist ein wichtiger Baustein für eine gesunde, elastische Haut. Zuletzt sorgen die antioxidativen Eigenschaften von Süßkartoffeln dafür, dass deine Haut länger jung aussieht. Nummer 3. Tomaten Auch wenn Tomaten zu den Nachtschattengewächsen gehören, sind sie für die Hautgesundheit sehr vorteilhaft. Tomaten sind reich an Lycopan, einem Carotinoid, das als starkes Antioxidans wirkt. Und die Haut vor UV-Schäden schützt. Darüber hinaus sind die Vitamine A und C, die in Tomaten in Hülle und Fülle vorkommen, essentiell für die Zellerneuerung und den Schutz vor freien Radikalen. Ein kleiner Tipp am Rande. Um die Aufnahme von Lycopin zu erhöhen, kombiniere Tomaten mit ein wenig gesundem Fett, zum Beispiel Olivenöl. Nummer 4. Broccoli Broccoli ist ein weiterer Star, wenn es um gesunde Haut geht. Dieses grüne Kraftpaket ist reich an Vitaminen und Mineralstoffen, die alle eine wichtige Rolle bei der Erhaltung einer gesunden Haut spielen. Unter anderem sind Vitamin C, Vitamin A und Zink enthalten, die zum Schutz und zur Regeneration der Haut beitragen. Broccoli enthält zudem Lutein, ein Carotinoid, das genauso wie Beta-Carotin als natürliches Sonnenschutzmittel wirkt und die Haut vor Oxidation und den damit verbundenen Schäden schützt. Nummer 5. Walnüsse Walnüsse sind eine wahre Wunderwaffe für die Haut. Sie enthalten mehr antioxidative Polyphenole als jede andere übliche Nuss und sind zudem reich an Omega-3-Fettsäuren, die der Haut Feuchtigkeit spenden und sie geschmeidig und jugendlich halten. Darüber hinaus sind Walnüsse eine hervorragende Quelle für wichtige Nährstoffe wie Zink, Vitamin E, Vitamin C und Selen. Diese Vitamine und Mineralstoffe unterstützen nicht nur die Gesundheit der Haut, sondern schützen sie auch vor schädlichen Umwelteinflüssen und reduzieren Entzündungen. Nummer 6. Paprika Paprika, vor allem die rote Sorte, sind ein wahrer Segen für die Haut. Sie enthalten sehr hohe Mengen an Vitamin C. Dieses starke Antioxidans bekämpft freie Radikale und unterstützt die Collagenproduktion, wodurch die Haut elastisch und straff bleibt. Doch Paprika haben noch mehr zu bieten. Sie enthalten auch erhebliche Mengen an Beta-Carotin, das in unserem Körper zu Vitamin A umgewandelt wird und somit zur Gesunderhaltung der Haut beiträgt. Nummer 7. Lachs Lachs ist nicht nur lecker, sondern auch besonders hautfreundlich. Dieser Fisch ist bekannt für seinen hohen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, die Entzündungen im Körper reduzieren und somit auch die Gesundheit der Haut fördern. Darüber hinaus enthält Lachs das Carotinoid Astaxantin, das als starkes Antioxidans wirkt und die Haut vor Schäden durch UV-Strahlen schützt. Daher wird Lachs oft als Superfood für die Haut bezeichnet. Eine gesunde, strahlende Haut ist das Spiegelbild unserer inneren Gesundheit und Ernährung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Ob Avocados, Walnüsse oder Lachs die richtige Auswahl an Lebensmitteln, kann dazu beitragen, die Haut gesund und schön zu halten. Denke immer daran, dass eine gesunde Ernährung nur ein Teil des Ganzen ist. Eine sorgfältige Hautpflegeroutine, ausreichend Schlaf und ein gesunder Lebensstil tragen ebenso zur Hautgesundheit bei Ei. Wenn dieses Video informativ und hilfreich für dich war, dann teile es bitte mit deinen Freunden und deiner Familie. Wir freuen uns auch immer über Kommentare und Feedback. Vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und bleib gesund!